Hallo Leute, Willkommen zurück zu Prey. Das letzte mal sind wir hier vor der Tür stehen geblieben und jetzt betreten wir die Besatzungskraterie. Ich lerne es einfach nicht. F Junge, F. Das gibt es da nicht. Jedes mal dasselbe. Ähm. Näher. Ja, noch näher. Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen? Gut. Kommen Sie. Wie viele? Wie viele Körper hast du? Hä? Okay, was ist denn hier das? Okay, wir müssen da hin. Zu Daniels Quartier. Diesen komischen Besessenen. Du hast keine Puppen mehr. Vielleicht verhungerst du ja. Gibt es irgendwas? Nein. Du schickst immer mehr. Wann wirst du aufhören? Stopp! Ich kann mit all den Puppenbomben um mich herum nicht denken. Okay. Du erwischst mich nicht. Was? Ah. Okay, Küche. Kantine. Da müssen wir hin. Alles klar. Was ist das? Der Container steht bereit. Das ist echt schräg, Quentin. Ich weiß aber wenn... Ich will es nicht wissen. Ich tue Ihnen einen Gefallen, mehr nicht. Frachtcontainer 3232 steht auf der anderen Seite von Frachtraum B, neben dem Unterführungstunnel. Als ich Küchenchef im Rauminstitut war, hat mich niemand gebeten, Essen in einem Container zu verstecken. Nur nicht so viele Ahle, ja? Okay, Fitnesscenter. Was ist das für ein Code? Direkt mal nachsehen. Besatzung. E-Mails. Okay. 4, 6, 8, 0. Dann gehen wir zuerst mal da rein. Hier. 6, 8, 0. Dann gehen wir zuerst mal da rein. Hier. 6, 8, 0. War das? Huch. Ich nehme mal lieber das hier. Ich kann doch jetzt nicht die Verlebenden hier abzeichnen. Nein! Ich will sie nicht finden! Nein! Ich will sie nicht finden! Nein! Was schleppe ich denn für einen Müll mit mir rum? Das futtern wir direkt mal. Ich kann nicht anders verstehen! Weg! Okay. Sorry Leute, aber ihr greift mich an! Ich kann... Huch! Kann mich nicht mehr... Ja! Nein! 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 Aufhören! Huch! Aufhören! Ah! Es will sie töten! Es hört nicht auf! Nein! Zurück! Scan abgeschlossen. Mhm. Neue Psi-Filmteil verfügbar. Ich muss zuhören! Au! Ach man! Da brennt es wieder. Und Kleiderraum. Oh! Alles mitnehmen. Das können wir direkt essen. Gehen wir schon. Essen. Ne? Nein! Ah! Essen. Essen. Renten. Essen. Nehmen. Essen. Okay. Huch! Huch! Ich brauche mal wieder so eine Recyclingmaschine. Wenn die ganzen Müll mal loswerden kann hier. Oh! Nehä! 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 Was war das denn? Was ich mal scan? Telepath Ah, alles klar Okay, wenn ich das Vieh irgendwie töte, müssten die anderen doch wieder in Ordnung sein, oder nicht? Oh, da liegt noch ein neuerer Mod Was haben wir denn alles zur Verfügung, sag mal? Recycler-Ladung, neue Wellen Typhoon-Kölder Ich bleibe dabei Au, 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 au So nicht, ne? Boah Mein Kopf Ja, ja Ich verschwinde nicht, ich versuche euch zu helfen hier Affen Hu, das war knapp Mein Kopf Boah, kälte Taste Warte mal Wo haben wir sie denn? Hier Das machen wir gleich nochmal Jawoll So geht's doch am besten Verwustlos Ha! Sehr gut, sie leben noch Gold Gold Gut, gut Komme ich jetzt da runter, ohne zu sterben? Ja 15 Wunderbar 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 Da liegt noch jemand Okay Na gut Wach werden die wohl nicht Habe ich Habe ich die schon? Ja Ich habe die auch schon geplündert Au, au, au Au, au Au, au Ruhe hier Ach So Na Na Rotzange Brauche ich nun wirklich nicht Waren wir hier schon? Ja Ich habe mich das gewusst hätte, dass ich die anderen gar nicht töten müssen Schade Okay Okay Ich seh mich erstmal weiter um Ähm Mist, da komme ich nicht durch Noch nicht genug Hebekraft Da ist zu zu Uh, uh, uh Nicht gut, nicht gut Nein Ich habe Bock mich mit dem anzulegen Okay Dann Gehen wir halt doch mal da lang Ist alles zu Oh Schade, sie ist tot Notiz Das war ja klar Oh Da geht es auch noch weiter Kantine Hier Ja Kein Platz Absolut Kein Das gibt es ja nicht Äh Techniker Verdammt Fehlt mir ein Neuromot Und hier Oh Oh Thermalbombe Verwandeln Was ist das? Doppelgänger Auch Klingt auch nicht übel Fernmanipulation Rückstoß Rückstoß Okay Verdammt Ich habe einfach keinen Platz Nein, das klang ernst Deshalb wollte ich mein Transcribe ausschalten Also gut Du fragst mich Ob es in Ordnung ist Unser Spiel aufzu- Im Auf den Transcribes Ja Ich weiß, die Nutzung des Speichers ist nicht Nicht zu fassen, dass wir dieses Gespräch führen Oh Tut mir leid Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede Was? Was? Genau Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen Was? Du sagst ganz oft was, wenn du ja sagen solltest Ach Ja Siehst du alles geregelt Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes Das ist nicht gegen die Vorschriften Legst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Finde Finde Karte Schatzsuche Oh, sind viele Quests offen? Wohnkapsel Kino Was haben wir hier? Charakterbogen Notiz Okay Wohnkapsel Was ist hier? Ja Das gibt's doch nicht Na ja cool, Fitnessbereich, hab ich doch schon Den habe ich doch schon Ich werde langsam verrückt Ja Was war das denn? Ja Hey, 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 Junge, mach mal langsam Was ist das denn mit Vieh? Hm Ich geh jetzt erstmal hier schnell in Recycler suchen Habe ich hier ein Code? No Mal gucken, ob ich es hacken kann So schon mal nicht Komm jetzt Schnell Y Y X Ha Grat So geschafft Schrottflinte Jawoll Ja Ja Voll Voll Ich weiß Was hat die da unten noch? Nichts Bananenschall Sehr gut Oh Hallo Anzugreparatur Anzugreparatur Machen wir doch gleich mal Ach komm schon Es ist wie ein Halbschlager Wo bist du? Oh Nicht mit mir Oh Hey Das geht doch mal gar nicht hier Was soll das denn? So Oh Oh nein Kein Platz Äh Das geht Das können wir essen Ah Jawoll Und Ja doch Sehr gut Sehr gut Und Alles rein damit Die brauchen wir auch Nicht Das brauchen wir auch nicht Was haben wir noch? Ey ich schlepp so viel Zeug mit mir rum Hortzange Hortzange Köder Achja Alkohol Kann auch weg Kaffee Jupp Okay das wird wohl reichen So Sie werden frustriert Sie werden frustriert Hm? Ah Shit Ja Es ist wieder da aber ich sehe es nicht Aha Scans abgeschlossen Weitere Proben benötigt Foltergeist Foltergeist Habe ich ihn erwischt? Jawoll 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 Ja die Rotsange Die kann ich auch gerade direkt verschrotten Was? So Was haben wir hier noch? So was haben wir hier noch? Das nicht Synthetisches Material Weg mit dir Matiz Aha Sehr gut Den Code für den Lift Waffen-Update Waffen-Update Den Schrott nochmal rein So Und Kaputt machen Jawoll Aber alles Sehr gut Okay 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 Haha Naja rennt ihr nur Oh Schlagzeug Cool Oh was Wer bist du denn? Komm mal her So Noch mehr Schrott Und hier? Nix Da geht's Da geht's auch noch weiter Irgendwo ist hier ein Telepath Oh 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 Noch mehr zum verschrotten Juhu Noch mehr? Nein Okay Dann gehe ich nochmal ganz schnell hinter Obwohl Obwohl Was sagt ihr immer da? Das immer da? Ja Okay Wir gehen schnell hinter Bisschen schrottlos werden Aber erst ist die Folge zu Ende Vielen Dank fürs zu sehen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Ciao So So